Yamasana, die Stellung der Geduld, die Stellung der Selbstbeherrschung, die Stellung der Ethik. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Tadasana, die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier beuge das linke Knie und fasse mit der rechten Hand von hinten ans Fußgelenk. Gib dabei die linke Hand von vorne auf den Oberschenkel. Schaue dabei beständig nach vorne, lächle oder wenn du ein sehr gutes Gleichgewicht hast, schließe auch die Augen. Dieses Yamasana, die Stellung von Yama, das heißt die Stellung der Selbstbeherrschung. Yama sind auch die ethischen Vorschriften wie Ahimsa, Satya, Astea, Aparigraha und Brahmacharya. Und um diese üben zu können, brauchst du ein inneres Gleichgewicht.